Und damit ein herzliches Willkommen hier zurück auf dem Kanal in der Netzwerk Gaming Bros mit mir, dem Permo, zurück in Saints Row 4, wo wir den Auftrag angenommen haben, Lolaität von Asha. Wir sollen uns in die Simulation begeben, um sie dort zu treffen. Bin ich mal gespannt, was sie dann von uns will. Ah, die zwei, die wären auch dicke Freunde, auf jeden Fall. Doch, doch, glaube ich noch dran. Einer nach dem anderen explodiert. Shit. Komische Kugel da wegmachen. Und dann gehen wir direkt zu Asha weiter. Wo ist sie denn? Die ist sie da vorne schon. Da steht sie. Ich muss mal gucken, was jetzt hier der R6 unter Spaß versteht. Oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Was? Keine Superkräfte? Was? Was? Oh Mann, kein Haufspringen, kein Sprinten, kein Buff. Das kann ich. So, wir sind natürlich hier der weltbeste Security, äh, Security-Rin. Was ist denn die weibliche Form einer, des Securities? Hm. Hm. Natürlich hier, Fahrschule zwischen, unter Profis genommen, natürlich sieht man. Und, einpacken können wir auch, super. Pass auf. Oh, da steht ein Gat-Mobil. Wir brauchen wirklich Pistolen dafür und so. Ja, das glaube ich auch. Hey, siehst du den Mann da oben? Sag mir. Siehst du eine Gefahr? Ich weiß nicht. Es ist dein Job, zu wissen. Du musst jetzt entscheiden. Geh ihn raus und möglicherweise töten einen innozenten Menschen. Oder lass ihn gehen und deinen VIP in mortal Gefahr setzen. Okay. Wie soll ich das jetzt machen? Ich werde dich aus dem Limm aus dem Limm. Guten Job. Sicherheit könnte nur dein Plan B sein. Okay, zurück in den Auto. Alles klar. Mal einen Schlag in den Rücken. Ey, guck mal, bist du böse oder nicht? Nein, ich bin ganz lieb. Okay. Na dann. Oh, wir haben da einen Kratzer in die Karre reingefahren. Ja, okay. Ich stehe vielleicht nicht so perfekt. Wow. Kameraspin. Yeah. So, Madame. Wo geht's jetzt nächstes hin? Okay. Ja. Ich verstehe. Das war's. Genau. Oh man, zweiter Halt. Vorne kommt die Kurve und wir haben immer noch nichts an, das ist natürlich schlecht. Aber wir ziehen hier einfach einen kleinen Donut und dann sind wir schon zackig in der richtigen Richtung. So gehört sich das nämlich hier an der Driver Skiz. Er hat uns angefangen, ich hab's gesehen, ich war's nicht. Parken. Auf der Straße, natürlich. Ach, scheiße, kein Hochspringen, kein Schnellspringen, oh mein Gott. Aber für da drüben brauchen wir ein bisschen was, was ein bisschen mehr Sniper eingeschaffen hat, außer diese komischen Tacker. Und das ist halt keine Sniper, aber sie sieht halt genauso aus, ist halt groß. Schiebwache. Uh, das hat sogar ein richtig geiles. Piu-piu-piu-piu-piu-piu. Was? Kommt ja noch mehr was. Okay. Ich mach das, wie man das richtig macht. Äh, 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 runterbacken. Yeah! SWAT-Rolle. Hab ich gelernt, als ich beim SWAT-War. Da sind doch noch welche. Egal. VIP ist drin. Ey! Spitzulass! Hallo. Jetzt guck ich da nicht rein, weil der Typ da hinten gegen unsere Autos fährt. Gegen unser Auto fährt. Schießt du denn da auf uns? Ich sehe da nichts. Ihr Schweine! Woa! Was ist denn hier los? Eher noch mal erwischt. Und hier und er? Ich glaub nicht. Oh, das sind schon so much... Das hätte auch nicht alle Tage aus dem fahrenden Auto mit Kaliber 50 geschossen. Wir müssen die Situation haben. Wir müssen die Situation haben. Oh, shit! Oh, shit! This party, your plan? Oh! Oh! Let's say it is! I'll get the VIP, you get to cover! Okay. Ich cover. 1. Schüsse! 2. Nächster. Nächster. 3. Nächster. Okay, den hole ich mir so. hole ich mir klammheimlich. So wie sich das gehört. Ah, Mist. Erwischt! Oh, egal! Uh! Ist klar. Ich würd grad sagen safe. Aber da kommen direkt noch die Nächsten. Come on me boys! Richtig ungewohnt hier. Richtig wieder mit ordentlichen... Also ohne irgendwelche Schnicks-Schnack-Kräfte hier rumzuspielen. Kann man ja mal richtig sneaken wieder. Geh in Deckung, achso. Oh no. Ach, ich muss da rüber. Ach man. Och, ich dachte ich muss bloß die Typen killen. Wow! Du bist wirklich all out mit dem. Matt! Feel free to dial things down a bit. Matt? Matt! Oh, ist er nicht antwortet? Shame. Ich muss ihn accidentellisch verletzt haben. Zinyak, du shit-eating! Äh... Always with the vulgarity. Anywho... Have some fun with these... minor changes I made. Who else wants a piece? Hold on! I'm calling in a rescue vehicle. You can do that. Without that? I wouldn't put us in harm's way without some backup protocol, you know. Uh, unser Karo brennt. Alright, sit tight. The car should be here shortly. Alles klar, ich halte die Stelle. Wow! Brauchen wir mal mehr... mehr Schusskraft. Du warst doch nicht einmal geschossen. Was denn jetzt? Guck dir denn her. Gib mal, Patienten geht aus dem Weg. Asha, steh auf! Hast du heute noch nichts gemacht, aber du musst ja schließlich den Anruf tätigen. Here comes the rescue vehicle now. Oh. Oh. I'll be right back. I'm gonna get the car. Uh. 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 Use the effectively to all. Good enough. Maybe. Ha! Get back. No Dual Zumirsch. Auf gehts jetzt hier. Unsere VIP hat schon Schaden bekommen. So, jetzt geht's los hier. Schnell flüchten von dieser verzwickten Situation. Eieiei. Richtig Party am Start da gerade. Oh, wir müssen da runter. Ach komm schon. Ich würde gerade sagen, so eine kleine Mauer da. Oh oh. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich habe da eine Idee. Ähm, dann nehmen wir doch mal hier die kleine Pistole. Was in der Hölle ist er? Holy shit! Hat er sich einfach so einen Super-Ganker geworden? What? What? Oh, come on! What? Dammit! Oh, meine. Oh, nein. There's no way we can take it. I could if I had my superpowers. Oh. Huh. What is this? Well, hello, hello. Can you hear me? Oh, glad you can make it bad. Now let me start throwing fire again. Oh, I don't think so. I'm not falling for your tricks. Matt, give the powers back. Oh, I see. How on! Ja, Gott sei Dank. Jetzt wird wieder aufgeräumt hier. Ach, sie hat jetzt auch, okay. Hm. Lass dich mal ansehen. Asha. Es bleibt nochmal stehen. Ja. Ich habe nämlich eine super Begleiterin. Asha's VIP geschafft. Schöne Hüsse. Mal wieder was. Mal was. Abwechslungsreiches. Mal nicht so tröge. Tröge. Träge. So wie sonst. Hat mich gefallen. Super Begleiter Asha. Asha ist jetzt eine super Geheimeagente. Die ist ausgerüstet, um Seenjak anzugreifen und angreifen zu können. Achso. Ruf Asha. Asha über deinen Heliumbo. Fahrzeug Genki. Gibt es neue Fahrzeuge? Oh. Was ist das denn da schön? Errungenschaft im Dienste der Saints. Die chillen da nur. Die schlafen da nur. Was? Flammenwerfer? Fußgänger überfahren? Ja. Wenn das da so steht, ne? Wow. Sag mal. Drei. Vier. Fünf. Oh. Oh. Sorry. Hey. Sorry. Sorry, Jungs. Linker Mausher hat er um die Flammenwerfer. Zockt hier hin. Ja. Jo. Was denn das? Ich weiß gar nicht, welches Auto jetzt brennt. Ob das unser Auto ist oder ob die anderen dann... Oh. Alle. 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 Yay. Oh, oh, oh. Und jetzt alles nochmal mit Nuss. Yay. Jetzt leuchtet einfach alles. Juhu. Okay. Schluss jetzt. Ich wollte eigentlich da kurz rein. So. Ha. Das ist doch mal. Die, die, das Ding einfach mit... Äh, hier den, den Laden einfach mit der Karre zugestellt. Na, von wegen. Ich dachte, das hilft. Hallo. Och. Ich kann mich grad nicht... Ich kann grad nicht zielen. Das ist... Ich hab grad ein bisschen rumgebackt. Stirb. Ach ja, der Name da gebrust ist jetzt auch nicht mehr. Hab ich grad die Munition für die Waffe aufgeführt? So. Okay. Fertig. Ready. I'm ready to... Wop. Wie. Waaaaaay. Was denn? Ach, da oben. Na. Komm schon. Stups dann wer immer nicht in deinem Wagen. Yeah. Sohört sich das nämlich. Oh, die haben wir aber noch erwischt eigentlich. Oh, oh nee. Ich hab grad so schön drin. Ich hab grad so schön drin. Ach, grad. Stampfen. So. Den nehmen wir noch mit. Wir holen uns mal schnell die, äh, kleine, schöne, goldene SID-Kugel hinten. Oh, ich hab noch was. Da müssen wir mal wieder schießen. Jetzt wollen wir mal schnell weg. Währenddessen, wir, dieser, der SID-Kugel hinterher, holen wir uns noch dieses, oh, du, look, da drin ist es. Cooler Move. Sehr schön, hätten wir das mal wieder schön rumgebackt da oben, die Kugel, aber, ist sehr egal. Ne? Hat auch so funktioniert. Ähm. Tja. Die machen wir dann noch nach. Gucken, da bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Bis dahin bedanke ich mich für das Zuschauen. Mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich war der Permofone der Netzwerke Gaming Bros. Bin jetzt immer noch nebenbei. Ähm. Wir sehen uns dann wieder, wenn das wieder ist. Z24 mit mir, hier auf dem Kanal der Netzwerke Gaming Bros. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü